Willst du, lieber Zuschauer, deinem Lieblings-YouTuber in Kommentaren ganz offensichtlich zeigen, wie aufmerksam du seine Videos guckst? Ja, ich will. Und willst du, lieber Videomacher, die Interessen deiner Zuschauer ehren und ihnen Kapitel an die Hand geben, damit sie sich im Video zurechtfinden? Ja, ich will. Dann erkläre ich euch hiermit, wie ihr total simpel und ohne jegliche Tricks klickbare Zeitangaben und Kapitel in Kommentare und Videos einfügt. Das Brahmin-Plüschi von Voltec. Stelle ich mir erstmal vor, ich bin Zuschauer. Wenn ich mich im Kommentar auf diese lustige Szene bei Minute 2 und 4 Sekunden beziehe, dann könnte ich schreiben, Ha, wer da wohl gewinnt? Und die wenigsten würden kapieren, was ich meine. Ich könnte aber einfach eine klickbare Zeitangabe ergänzen. Ha, wer da wohl gewinnt? 0204. Oder, ha, wer bei 0204 wohl gewinnt? Und schon können alle mit einem einzigen Klick nachgucken, was ich meine. Es erkennt auch jeder, dass ich das Video tatsächlich geguckt habe, weil ich mich auf eine ganz bestimmte Stelle beziehe. Und außerdem schaffe ich damit Möglichkeiten, dass andere Zuschauer mit dem Video interagieren, indem ich sie durch meine Zeitangaben vielleicht auf Details aufmerksam mache, die Ihnen vorher in Gang sind. Und wie erbringt ihr nun diese unschätzbare Serviceleistung zum Wohle aller? Etwa durch JavaScript Injection? Durch 10 Semester Informatik? Nö. Ihr braucht nur Zahlen und einen Doppelpunkt. Zahlen, die von einem Doppelpunkt getrennt sind, macht YouTube nämlich ganz automatisch zu einem klickbaren Zeitstempel. 01.23 wird zu einem Link zur Stelle an Minute 1 und 23 Sekunden. 01.23.45 würde zu einem Link auf Stunde 1, 23 Minuten und 45 Sekunden. Simpel, wa? Und jetzt ziehe ich mir mal die Brille des Videoschaffenden an. Als Videoschaffende finden wir es natürlich voll doof, ey, wenn Zuschauer nicht das ganze Video gucken und so. Aber seien wir mal realistisch. Viele Zuschauer klicken nach 30 Sekunden weg. Und besonders, wenn du längere Videos machst, kommen viele Zuschauer über die Hälfte nicht hinaus. Wenn du klickbare Kapitel in deinen Videos anbietest, werden deine treuen Fans trotzdem dein ganzes Video ansehen. Aber all die anderen, die nur reingeklickt haben und wieder verschwinden würden, wenn nicht nach einer Minute was besonders Interessantes passiert, kannst du länger in deinem Video halten. Denn bevor sie gehen, gucken sie vielleicht noch in die Kapitel. Und da, BÄÄM, sehen sie noch ein Kapitel, das sie interessiert. Gucken da weiter, sind dann nachträglich von dir begeistert, geben ein Like, abonnieren, heiraten dich und wenn ihr nicht gestorben seid, dann lebt ihr glücklich und zufrieden. Das willst du dir nicht entgehen lassen, oder? Doch? Doch. Schade. Dann kannst du jetzt wegklicken. Dann interessiert es dich ja nicht, wenn ich erzähle, wie einfach Kapitel in YouTube-Videos sind. Du brauchst nämlich bloß in deinem Video auf Video bearbeiten klicken oder das Video direkt in YouTube-Studio bearbeiten. Und dann tipperst du einfach die Zeitstempel in die Videobeschreibung. Egal wohin da drin. Keine Kenntnisse in HTML oder sonst was notwendig. Fast so einfach wie in Kommentaren. Allerdings für Kapitel mit zwei kleinen Besonderheiten. Erstens, die erste Zeitangabe muss 00.00 sein. Normalerweise ist das ja die Einleitung, Begrüßung, Zusammenfassung oder was auch immer. Zweitens müssen die Zeitangaben am Anfang einzelner Zeilen stehen und der Kapitelname danach. Beachte dabei, dass einige Sonderzeichen oder auch Anführungszeichen zu Problemen führen können. Und nach dem Reintippern speicherst du die Änderungen und rufst das Video nochmal auf. Und foila, schon hat ein Video klickbare Kapitel. Cool, hä? Und jetzt auf, verbreiten wir gemeinsam den Kapitalismus auf YouTube. Auf Wiedersehen.